Musik Es vor dem Schlaf und Gehen Musik und Schauspielerei Bin ich immer nervös Meine Familie Wenn ich traurig bin Ja, dann Dann höre ich Musik. Würde ich wahrscheinlich Männer spionieren. Also, beziehungsweise interessant wäre es herauszufinden, wie Männer auf Flirtversuche reagieren, weil man selber eine Frau ist. Zeit mit meiner Familie verbringen zu dürfen. Auf Mallorca. Ehrlich gesagt, das kann ich gar nicht mit einem Satz erklären, weil Musik, Schauspielerei, ich habe kein Berufsleben. Das ist meine Leidenschaft und das ist gerade meine Freizeit. Wenn ich das Gefühl hätte, es wäre etwas Berufliches, wäre ich nicht hier. Ein Löwe. Weil ich auch vom Sternzeichen Löwe bin und ich finde, das sind unglaublich interessante Lebewesen mit ganz viel Fell und ganz flauschig. Ich finde die richtig toll. Dann würde ich mir drei weitere Wünsche wünschen. Wünsche § Untertitelung des ZDF, 2020